Beim Fechten, da darfst du nicht aus Zucker sein, es gibt ganz oft blaue Flecken. Also meine Kinder sagen halt oft, Mama, du kannst zwar nicht laufen, dafür kannst du manche Sachen besser als andere. Ich denke nicht darüber nach, was ich nicht kann, sondern ich mache einfach das, was ich kann.